Wer hat auf dich geschossen? Die Herren im AMG dahinter. Alles klar. Aussteigen. Der eine hat doch gerade geballert hier, Mann. Steigen Sie aus. Bleiben Sie sch... Upsala. Sie haben Dienst, Sie haben Dienst. Schussankündigungen raushauen, Kollegen. Die sind die ganze Zeit schon so aggressiv. Ja, mal wieder schießen, Mann. Ja, klar. Das ist das, was wir können. Sie doch stehen. Der Typ ballert auf uns. Ach, Junge, das ist der Typ, der vorhin kassiert hat, weißt du? F, your Leitstelle, kommen. Wurde Highway 3. Verpiss dich doch, Alter. Ja, bitte. Alter, was machen die Kollegen? Fahren Sie mal bitte zum East Checkpoint. Da ist ein Dispatch von einer Armee. Da ist ein Herr mit dem illegalen Grenzübergang. Ich halte doch gerade an. Ja, dann steigen Sie aus mit Ihrem Arsch. Ich bin noch im Stichstall. Warum schießt man? Weil Sie aussteigen sollen. Warum denn? DIGGA, wir reden doch gerade mit dem Heffa-Digga. Warum hast du denn noch? Weil ich's kann. Anfangen, kommen. Höflich. Wir machen uns auf den Weg mit Wutte. Bitte festnehmen. Leitstelle Ende. Ja, das wird explodieren, das Fahrzeug. Das kann ich dir sagen. Da kenne ich gar nichts. Dauntone 2 mit Punkt 3, ZOE mit TV Ende. Das ist ja ein Smart. Also, das habe ich ja auch noch nicht gesehen von der G-Klasse. Das sieht echt abartig aus. Das sieht aus wie ein Smart. So, und Sie bleiben jetzt schön stehen. Na? So, und wird auf Ihre kleinen Finger eingewirkt. Ja, was soll'n' der Scheiß? Achtung, Kollegen. F193100. Sofort entfernen. Sofort entfernen. Tschüss. Tschüss, habt ihr an. Jo, weg hier. Weg hier, hab ich gesagt. Weg! So, der Herr. Wo ist denn Ihr Personalausweis? Der Herr. In der linken Hosentasche. Gut, 4 am 11.99. Täter abgefahren. Ende. Wo wurde ich getauft? Einen Moment. Sie wurden getauft? Ja, Sir. Ja, läuft bei Ihnen. Wie nicht? Nee. Religion ist nicht so meins. Jetzt. Ja.